Grüße Freunde des Internet und herzlich willkommen zurück zu Cuphead zusammen mit Ben. Hi. Wir machen weiter mit Treetop Trouble. Gucken wir uns mal das Level an. Wir haben möglicherweise das schon mal gespielt und uns 35 Minuten lang nicht geschafft, dann hat das Spiel beschlossen meinen Controller rauszuwerfen und nie wieder anzunehmen, deshalb haben wir es dann einfach beschlossen die Aufnahme zu löschen und neu anzunehmen. Ich bin doch so scheiße. Und jetzt machen wir es einfach first try wie wärs. Ich schiebe den ab den Fixer. Komm mal da verrägte auf dich. Jawoll. Soll es mich vielleicht mit der unten filmen, ist egal. Guck, jetzt treffe ich mein Auto-Aimer nicht. Weißt du, schreibt sich da irgendwas auf den Deckel von wegen Auto? Da kommt die Forze zu mir. Die Forze. Sprung und fliegt. Sprung und fliegt. So wird es gemacht. Dann geht's durch. Ja. Nice. Nice, nice. Nein. Nein, 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 nein. Wow. Das war Sabi, Alter. macht der fest fähigkeit alter ich habe es immer noch nicht so schön ja der schild hat mir viel gebraucht hier waren wir nämlich schon jetzt bin ich mal gespannt wie weit das level noch weiter gehen ach stimmt die waren doch hier schon ach wir sind du wir sind aaaah bläde alter da warst du ja schon mal mit der welles gesichter da ist ein munnen boxen aber NEIN mega war ja nur der erste versuch ne ja stimmt simon genau alter bin ich so bezauber mhm oh da batzen mhm mhm einfach gehen mhm das war gut du hast du das gemacht mhm easy game easy safe easy safe das ist wichtig Leute Oh, hier ist Übermario. Ja, ja. Übermario-Galaxie. So gut zu spielen. Webrater. Setz ihn wieder ein. Hilfe! Do it. Mach mal ein Mexican, oder? Mach mal ein Mexican-Sandwich, ne? Alter, was war das für ein Furz im Spiel? Was war das für Ruhe? Na, im Spiel hat noch Furz. Alter, aber ich wurde gerne. Das kann man eigentlich direkt wieder beenden, da wo es angefangen hat. Nein! Schau dich, bitte. Alter, ich dachte, du liegst dir. Ich dachte zwar kurz. Aber dann, du musst da wenigstens nicht haben, Alter. Tschüssi. War ja noch, ne? Easy, boy. Sonst haben sie noch verreckt. Schade. Ja. Jetzt gehen wir einfach, okay? Ne. Ich hab's gekillt. Ich killt, 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 ich... Das sind die Drogen bei uns. Bring, 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 komm. Ich bin festlich. Du bist down. Ja, ja. Das schaffst du. Deswegen hat er auch Fuck gesagt. Du stirbst dann immer, ne? Du stirbst dann immer kurz danach, wenn ich stirb. Immer an der fucking Fliege. Die Fliege. Die Fliege sind kack. Man. Das war die falsche Taste. Ja. Ja. Ja, weil Vibrado ist halt. Mach seinen Move, Alter. Du ein Eduard, Alter. Du ein Eduard, Alter. Jetzt mal. Okay, mach ich. Ja, aber dieses Mal bin ich ja gedasht. Ja, aber was? Du bist ja gedasht. Nein. Also nicht beim allerersten... Also beim allerersten Mal, mein ich jetzt. Vor 35 Minuten. Achso. Damals noch. Das war schon ne gute Runde. Die hat mir krank. Hahaha. Ich... Wolle ich ihn jetzt wiederbelebt. Willst du mich verarschen eigentlich? Oh. Jetzt hab ich keinen Bock mehr. Jetzt geh ich. Ich bin echt endgültig auf. Ach. Nein, Alter. Kommst du bitte? Ich brauche dich. Wozu? Hahaha. Scheiß, Mann. Hahaha. Ich kenn doch eh nix, Alter. Komm hoch. Du hast dich super, Alter. Na, ich komm, na? Ich fliege, Alter, mal. Alter, ich kann... Hahaha. Irgendwie hab ich ein anderes zu holen. Hahaha. Hahaha. Das war geil, Alter. Da wächst... Da wächst na... Weiß nicht, was mir da wächst. Hahaha. Hahaha. Oh. Ei. Ah. 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 Das war geil. Mann, das war behindert. Alter, du musst das so hart kappen, ne? Was? Du musst das halt so hart kappen. Da kann man... Da kann man... Das kann man schon gar nimmer schön reden, Alter. Nee. Der fällt einem... Schon gar nix mehr ein. Also ich hab wirklich Bock wieder auf den Froschboss nach dem Level. Haha. Der Froschboss... Der war nimmst dich! Der Froschboss. Der Froschboss, Alter. Hab ich das gesagt? Nein, aber ich... Nein, den Störblech! Ich hab das wieder... ...über... Hopp! Oh! Ja! Jetzt parry ich das andere! Hätte ich wohl aufgemacht sein. Ja, in die falsche Richtung geschaut. Hätte ich bocken? Hätte ich bocken? Ja, save mich mal, ne? Ja, danke sehr. Mach's von hinten. So fällt mir das doch. Hahaha. 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 Mach mal einen Heli. In deinen Heli gehen wir? Hahaha. Mach mal. Nein! Doch, geh mal in deinen Heli. Ei, ei, ei. Warte, jetzt lass mal... Lass mal gechilltes machen. Lass mal überleben. Lass mal... Nein! Lass mal überleben! Das ist doch scheiße! Ohne Witz! Lass mal überleben, sagt er. Und schläft 0,3 Sekunden danach. Ich fand's geil. Ich fand's richtig belassen, ehrlich gesagt. Oh. Oh. Ja, mach ich das. Hahaha. Hahaha. Mehr! Der ist schon wieder vorbei, eigentlich. Jetzt sind wir in den Punkt angelangt. Da ist es schon so, als hättest er alles genommen, was man in den Namen kann. Da muss ich glaube ich aufs letzte Blatt. Damit er kommt oder nicht. Ja. Hast du Bock, Alter? Jetzt bist du einfach in den Punkt gestorben. Warum ist er jetzt schon durch? Hä? Warum ist er jetzt schon durch? Warum ist er jetzt schon durch? Warum stimmt er immer wenn ich nicht durch bin? Warum stimmt er? Ach vielleicht ist es ein Prank? Ist es ein Prank? Ist es ein Prank? Ein Social Experiment oder so ähnlich? Das ist ein Maud. Ich hab echt keine Lust mehr. Das hat echt keinen Spaß mehr, dass jetzt war. Oh ja. Oh Gott. Mein Peppermint. Oh Gott. Also wenn du als kannst, ist es ja fair. Nein. Alter. Meine Nase juckt gleich. Alter, die juckt schon jetzt. Hahaha. Ich bin halt so ein Troll. Oh Gott. Ein Schlauch. Oh. Oh. Ich bin halt so laut. Mach ich doch. Mach ich. Keine Ding. Ohne zu schießen. Pass auf. Ohne zu schießen. Oh Junge, du treust halt. Alter. Schon wieder 28 Minuten. Ich scheiß mir ins Hämmer. Ich kack ins Essen, Alter. Das ist glaube ich so einfach. Furz in den Stuhl. Oh ja. Meine Fresse, Alter. Jetzt riecht es auch noch. Nein. Doch. Willst du mal da umgehen? Alter, ich mein. Hast du Bock? Ich mein Gott. Der hat keinen Bock, oder? Er hat keinen Bock. Er hat keinen Bock. Jetzt aber gleich, oder? Nö. 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 Ich geh da raus. Nö. 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 Das ist ja mega geil. Mega geil. Du hast es noch erleben. Du hast es noch erleben. Wollte ich sagen, macht dir keinen Spaß. Warum sagst du das? Und dann bist du blablabla. Das muss man nicht belieben. Ich bin der Beliebe, Alter. Oha. Beliebe. Wann bin ich so... Du willst ein Viebe, Alter. Viebe da immer wieder. Nein, bobo. Was ist im Maul jetzt? Reicht. Wann bin? Wann bin ich einfach. Bist du besser? Okay. Jetzt reicht es aber. Beeil dich. So schnell bin ich nicht. Jawoll. Gehen wir dann über. Jetzt mach mal einen Bub. Echt? Du kommst. Ich komm wieder hoch. Ich komm wieder hoch. Da bin ich wieder. Retten sie mich. Retten sie mich. Ich mach sie schnell, Alter. Jawoll. Ja Moinski, Alter. Und jetzt? Ja. Und jetzt? Ja. Und jetzt? Ja. Das ist ja übels Bullshit zu zweit. Machen wir jetzt Schritt für Schritt? Ne. Drei. Wir rushen jetzt ein. So schnell wie es geht. Ja was? Halt die Fress. Oh Gott. Ja ja der Esel. Der ist geil. Das ist übel dumm. Übel. Das ist nicht so gut. Ich mag das nicht. Wir haben uns zockt. Freud. Und dann haben wir rausgefunden. Das ist gar nicht so geil. Nein. Das ist ziemlich kacke. Jetzt bin ich echt nicht schon wieder. Das war schon gut anfangen und schrecklich lang gelassen, Alter. Was ist das? Ist das überhaupt Gaming? Oder ist das schon wirklich live? Ich weiß nicht. Ich kann nicht die Unterschiede. Ich denke ich will. Du stirbst. Ich will amoklaufen. Ich bin schabber. Ich kann den nicht hoch. Ah doch. Ich bin schon wieder scheiße. Nein. Doch bin nicht. Alter schnell. Jawoll. Oh nein. Wer ne? Die Scheiße. Easy put. Wie machen wir das jetzt? Zeit richtig, wie es gemacht wird, Alter. Was war noch für das? Wollen wir uns echt Zeit lassen? Was denn mit der Lärmauer? Nee. Verletzend. Jetzt ist es probieren können wir nicht so wieder überleben. Hm? Nix. Hätte ich. Ja. Hätte ich. Ja. Nix. Doch. Ich bin eine gute Unterstützung. Aschloch. Bist du schon, aber... Halt dein Maul. Machs. Woll. Du Dein? Ich bin nicht wegbein drum. Es ist was? Ich bin nicht wegbein drum. Im Juden drum. Ja, ja. Da ist die ulti. Ultima ان항 dir für Attacke. Alter, du bist der Strudelkopf. Geh da hoch, geh da hoch! Auf das Ding. Nein. Du musst nach rechts rüber döschen, auf das Ding. Das war dein Fehler vorhin, dass du nicht rübergedöscht bist. Und jetzt kriegst du uns sechs an. Die ganze Zeit haben wir gebraucht. Dafür haben wir aber alle drei. Jetzt geht es besser. Geil. Immer verrissen Dinge. Das war ein Gerücht. Was du schaust, mein Chip? Das ist nicht mein Fault. Ich bin busy auf die Casino-Dipters. Jetzt muss ich auf die Blase fixen. So, helf mir. Ich wünsche jemanden würde das King-Dice-1. Aber wenn du mal bist.